Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und dem Special Guest dieses ganzen Videos... Suli! Hallo! Wie die ein oder andere vielleicht mitbekommen haben, wir haben vor ein paar Monaten die Morgenroutine von Sula verfilmt und die kam richtig, 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 richtig gut bei euch an. Deshalb dachten wir uns, wir müssen auf jeden Fall auch einen Tag mit Sula drehen. Und wir haben sie gefragt und sie meinte, ja, okay, können wir machen. Und in diesem Video erwartet euch ein ganzer Tag mit der süßen Sula. Und wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefällt. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dem Video eine Pfote hochgebt. Also dem Video einfach einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefällt. Dann werden wir auf jeden Fall öfters Video mit der kleinen Sula drehen. Und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. So, heute werde ich ein bisschen schlafen müssen. Oh, oh, hallo! Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da meine Morgenroutine so gut bei euch angekommen ist und ihr so gefeiert habt, mussten Mami und Papi unbedingt noch ein Video drehen. Hallo, ich bin Juli. Und heute zeige ich euch meinen ganzen Tag. Und das, was ich am liebsten mache, ist natürlich mit meinem Lieblingsspielzeug spielen. Das ist Fischi. Und Fischi, wenn Mama mir Fischi wegnimmt, dann bin ich richtig, richtig böse. Deshalb muss ich das auch in meinen Mund nehmen, damit mir das auch keiner wegnimmt. Und dann schlafe ich erst mal drauf. Ganz, ganz lange. Und manchmal da bekomme ich auch Leckerlis, aber da sollte man mich lieber nicht anfassen. Weil das ist meins. Und manchmal hat Mama so leckere Sachen. Und da muss ich einfach ablecken, weil das ist so lecker. Aber eigentlich darf ich das nicht. Aber ich mache ganz, ganz schnell, damit Mama das nicht sieht. Ey, nein, nein, na. Okay, Mama, ich lasse es. Ich habe trotzdem ein bisschen abgeleckt. Aber dann bekomme ich natürlich meine Leckerlis und die sind ganz allein für mich. Aber ich zeige euch, was wir sonst noch so machen. Gehen wir jetzt Gassi. Machen wir jetzt unseren Waldspaziergang. Okay, Sula, komm. Komm hin. Komm, du Mama. Boah. So gut gemacht. Ich weiß doch, Papi, ich weiß doch. Hier hin. Hier hin. Oh Mann, oh Mami, ich mag es doch aber, bitte auf den Schoß mit rumzufahren. Oh Mann, das ist voll doof. So losfahren. Und jetzt sind wir schon auf den Weg in den Wald. Ich liebe den Wald, weil im Wald wird mir die Line-Up gemacht. Und dann kann ich rumlaufen, wie ich will. Das ist so cool. Gehen wir? Und natürlich kann ich auch alleine rausspringen. Und ich muss natürlich immer als erstes abchecken, was hier so abgeht. Und gucken, wer so vor mir hier war und wer sein Revier markiert hat. Aber das ist mein Revier. Ja, meine Line ist ab. Ich kann rumlaufen, kann machen, was ich will. Und die Mama will immer wieder ein Wettrennen mit mir machen. Aber sie versteht einfach nicht, dass ich schneller bin als sie. Hey, wusste ihr eigentlich auch, dass ich Instagram habe? Ich heiße da Sula de Pom. Guck mal hier. Guck mal hier. So, willst du das haben? Ja, natürlich will ich das haben. Was kommt da? Was ist das denn? Keine Ahnung, was ist das? Aber die sehen voll komisch aus. Aber ich will gucken. Oh Mann, Mami, tu doch mal die Hand jetzt hin. Ich will gucken. Komm hier hin. Wow. Ich habe meine fünf Minuten. Sula, hier hin. Ich liebe, 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 liebe. Es ist einfach, guck, sie laufen, 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 laufen. Und Leute, ich sage es euch, ich habe es geahnt. Wir gehen einkaufen. Natürlich muss ich auch hier mal als erstes rausgehen und die Lage abchecken und gucken, was hier so abgeht. Und jetzt mal schütteln. Manu, ich will doch schon da reingehen. Mami, Papi, bitte komm doch jetzt. Mann, bitte zieh mich nicht zurück. Ich will jetzt endlich reingehen. Bitte. Mann, Mann, nur bitte. Und Mami und Papi haben mich gewogen und ich wiege ganz zwei Kilo. Oh, ich bin so schwer. Hört sich cool an. Können wir das haben? Darf ich das? Bitte? Mami? Darf ich? Hier gibt es so viele verschiedene Gerüche und alles riecht so lecker. Aber am besten ist an der Kasse, weil da bekomme ich immer was. Oh, da bekomme ich immer lecker. Lies nicht immer so lecker und nicht wegzu. Oh, man, ich will nicht schon wieder auf den anderen Sitz, Mami. Was hast du zu sagen? Sag, was du zu sagen hast. Sag der Welt, was du zu sagen hast. Und wisst ihr was? Ich bin immer die Schnellste beim Treppenlauf. Seht ihr, seht ihr, guckt mir, Mami und Papi sind hinter mir. Ha, ha, hopp, hopp, hopp. Ich bin schneller, na, 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 na. Ha, erst du. Immer wenn Mami oder Papi das Essen raus, so muss ich immer warten, bis das Essen in der Schüssel ist. Aber es nervt immer so, weil ich hab so Hunger. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Mami sieht so lecker aus. Sag, Mami, weil ich hab so Hunger, aber lecker. Und dann kannst du endlich essen. Mami, 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 Mami. Und dann geht es dann auch wieder nach Hause. Luli. Komm, komm hierhin. Komm, wir gehen Gassi. Gehen wir Gassi? Komm hierhin. Gassi. Luli. Mann, siehst du nicht, dass ich keinen Bock hab? Ich chill mein Life, Bro. Warte, lass mich einfach nur. Bitte. Der Tag war so anstrengend. Aber das war's auch schon mit meinem Tag. Wenn euch mein Tag gefallen hat, würde ich mich über eine Pfote nach oben freuen. Und wenn ganz viele Pfoten nach oben da sind, dann machen Mami und Papa ganz bestimmt noch ganz viele Videos mit mir. Also, Pfote hoch und ganz, bis ganz, ganz, ganz bald. Ich hab euch lieb. Tschüss. Und das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und würden uns natürlich riesig über eine Pfote nach oben freuen. Oder? Und wenn ihr Bock habt, werden wir natürlich auch öfters Video mit der süßen Sula drehen. Und, äh, ich bin schon müde. Und wir sagen dann einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.